Die kommunalen Care-Maschinen vom BEMA erleichtern uns die Arbeit Tag für Tag. Optimal für Kommunen, Bauhöfe und deren Dienstleister. Zwei Modelle, sechs Arbeitsbreiten. Kompakt und achsnah. Ideale Gewichtsverteilung, vor allem bei kommunalen Fahrzeugen. Durch den niedrigen Anbau habe ich zudem eine viel bessere Sicht für die wirklich wichtigen Dinge. Dabei ist völlig egal, ob hydraulischer oder mechanischer Antrieb. Für optimale Kraftübertragung lässt sich das Getriebe in der Neigung verstellen, exakt zum Trägerfahrzeug. Und selbst wenn es ein bisschen häuprig wird, dann sorgt der Anbau für den perfekten 3D-Ausgleich. Einfaches Kern ganz ohne. Oder mit Schmutz-Sammelwandeln. Dank der dualen Ausführung geht alles blitzschnell. Freikern. Schmutz aufnehmen. Und entleeren. Für jeden Einsatz gibt es die richtige Bürste. Der Wechsel der Kehrwalze ist schnell und einfach. Die BEMA Wildkrautbürste. Perfekt, um große Flächen von Unkraut, Moos und sonstigem Grünzeug zu befreien. Das war aber noch nicht alles. Schwenken geht natürlich auch. Seitenkehrbesen. An Gebäuden und an Rinnsteinen unerlässlich. Dabei riegele ich beim Seitenkehrbesen die Drehzahl über die Side-Control. Individuell oder konstant. Also einfach so, wie es mir passt. Gegen Staubentwicklung gibt es eine Wassersprüheinrichtung. Mit Wassertank im Heck oder auf der Maschine. Für Fahrzeuge mit fehlender Hydraulikleistung nehme ich einfach das BEMA Powerpack dazu. Natürlich auch mit Wassertank. BEMA Kommunal 450 und 580 Dual. Die kompakten und komfortabelsten Kehrmaschinen für Kommunen, deren Bauhöfe und Dienstleister. BEMA